warum man ach du scheiße ach du scheiße ich drücke die daumen ich hoffe dass du kriegst was du willst warst ja ganz bescheiden mit draco lily keimer jeder wir golden schauer jeder wie mark let's go erster schad und nice phoenix jetzt hast du deine lily joshi hast du die fusion gemacht das ist eine lego gz aber hast du die fusion gemacht hey zekarek herzlich willkommen stream wie geht's dir schön hast du da bist du hast sie gemacht einmal nice aber zweimal naja naja egal weißt du ähm action guardian wir müssen es immer positiv sehen ah jetzt dachte ich kurz back to back joshi finde ich nice ist okay ist okay ok ok leggi ist leggi ganz genau loch ist loch hallo hallo spiele ist kaputt 2000 punkte haben wir jetzt wenn jetzt keine leggi kommt 2000 dieser schweins kram immer man dies immerhin neu bei der mage war neu ob das jetzt der letzte spieler da haben wir dann die punkte was ist das für lag oh mein gott der lag hat mich jetzt hart getriggert okay noch fünf secker hast du schon gepullt okay fünf noch komm schon alter erst joshi und jetzt seinen dicken frosch bruder kommt schon nur der ist not amused der lude ist not amuse charlie was sie jetzt machen wir deine shadowkin voll oder was cornelia baue ich gerade ich habe echt nice videos für euch oder in frosch hatte ich noch nicht hey gz alter martin wieso kriegst du keine scheiß leggi schlechte ausbeute richtig madige ausbeute grad oh mein gott martin wir sind bei den 10 angekommen billy boy tomato jetzt dein draco mission failed nein nicht mission failed nein jetzt pass auf leute let's go boom ein plärium plärium die oh die ist cool die wird sogar ein richtig richtig nicen arena teams benutzt habe ich gesehen die ist echt cool macht drei auf okay komm schon gibt mir noch macht die punkte voll go 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 okay gib mir noch eine lecky das kann nicht sein man dass wir jetzt so viele aufmachen für zwei leckys alter plärium hass dich auch wie auch immer sie heißt jesus echt jetzt das waren jetzt 20 charts und wir haben nur zwei leckys bekommen in einem zweifach event hassliebe ist halt echt so ne so wir sind bei sasuke wir haben wie immer was neues will sasuke okay sasuke wir drücken dir die daumen arren jesus bitte 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 daumen sind gedrückt die frise sitzt der fokuhila ist on fleek die brille sitzt vier stück come on please nein 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 plärium macht mach jetzt war jetzt nicht da weiter wo du aufgehört hast plärium bitte holy moly oh mein gott der letzte splitter komm schon oh mein gott und wir hören schon wieder mit dem stahlschädel auf wir sind jetzt bei ramalama und wir müssen aus den sechs charts hier vier legos holen okay wir drücken ihm die daumen dass es klappt wer ist phil jetzt wird es klappen komm schon hey plärium scheißt heute sowas von rein das ist ja unglaublich ich hoffe die gucken diese videos an ich hoffe die gucken diese videos an ja jesus man ich kenne es zwar gut aber ja warum man komm schon oh 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 ach du scheiße ach du scheiße die schlechteste leggy im spiel alter ach du kacke oh mein gott leute das ist ja oh mein gott wow ich glaube wir verfüttern die einfach und sagen ihm dass wir keinen leggy bekommen haben weil das ist schlimmer oder wenn ich die verfütter ist und sagt wir haben sechs epics bekommen warum ist das glaube ich besser okay zwei haben wir noch komm schon gib mir noch eine lego bitte war ja klar dass wir nicht back to back pullen schau mal diese epic ist besser als teeler luria ist besser als teeler was soll denn das plärium letzter splitter bitte 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 sogar der ist besser als teeler wenn man sich immer vom plärium schlechte dinge wünscht dann kriegt man immer gute dinge und wenn man es umgekehrt macht na reverse logic und sowas es klappt bei denen schon endo wir drücken dir die daumen nur der lude zieht scheiße was was du sagst jetzt dass man alles positiv sehen soll und ich kacke pull jason ja ich würde auch lachen wenn wir jetzt eine pixie kriegen so okay burangiri ist leider gut aber nicht das was wir wollen endo will leggi sehen und zwar ganz spezielle er braucht auch glaube ich gar kein draco wäre ein dupe deswegen nicht so geil aber wie ihr sehen könnt alles beim alten wir pullen keine leggis alter war dieser lag gerade wo gott ist hart aber hat er schon ich glaube sogar hochgelevelt ist wieder eine epic oh nein oh 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 ne kimmy ich weiß dass die kimmy 2 ist aber plus 1 kimmy ist busted bett man geht z ne zweite kimmy würde ich sofort nehmen und meine auf plus 1 setzen uh ne zweite kimmy ist hart bin ich sicher er hat ne kimmy ja genau yes oh Oh, das ist gut. Das Witzige ist, Endo braucht nur ein paar Champions noch, die er unbedingt will. Aber er sagt, alle Dupes sind geil. Deswegen, eine zweite Kimi ist ultra nice. Ich hoffe, wir kriegen jetzt... Guck mal, wir freuen uns gerade über einen Dupe. Wie witzig ist das denn? Cornelia ist auch ein bisschen Bastet. Gucken wir dann in den Videos, wenn ich die mache. Komm schon, gib mir. Das kann nicht sein, dass die heute so wenig Leggierisse raushauen. Zwei will ich jetzt noch. Wieder Thoragi, ne? Kimi ist einfach nur strong, ist sie wirklich. Fünf Shards noch. Wir wollen noch zwei Leggis. Please, komm schon, Plarium. Ich meine, wir ziehen Top Epics, keine Frage, ne? Aber Endo braucht halt keine Epics mehr. Panex, der war bei jedem Account jetzt dabei, ne? Komm schon, drei Stück. Gib mir noch was. Alter, was ist denn heute los, man? Zwei. Holy moly, die wollen uns heute richtig hart verarschen, ne? Letzter Splitter. Komm schon. Wow. Also, Pieps. Mach mal mein Account. Wir wollen Golden Shower sehen von Plarium. Wir werden sehen, Leute. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ein Epic. Nice. Bitte, kein Draco. Bitte, kein Draco. Bitte, kein Draco. Noch eine Epic. Nice. Noch eine Epic. Nice. Weißer. 13 Shards. Jim, drück dir die Daumen. Let's go. Du hast den ganzen Tag reingeschissen. Jetzt machen wir was Nices. Okay, Bogov ist cool. Keine Ahnung, ob du ihn schon hast. Kann dir helfen. Kann für Bommel-Teams geil sein. War gar nicht so. Komm schon. Oh, oh, oh. Draco. Oh mein Gott. Ich hab's doch gesagt, Alter. Oh mein Gott, Tim. Holy fucking moly. Let's go. Let's go. Holy shit, Mann. Oh mein Gott. Ich hab's noch gesagt. Oh mein Gott. Dein Account hat in letzter Zeit nur Top-Tier-Champions gezwungen. Venus und Lily, sagt er noch. Oh mein Gott. Schau mal, das war deine letzten sechs Puls. Venus, Lily, Draco, Kima, Bad L und Valkyrie. Ist das Bastard oder ist das Bastard? Stell dir mal vor, das sind deine letzten sechs Legos, die du ziehst. Let's go. Will noch mehr sehen. Back-to-Back? Eben nicht. Wieso auch? Crazy. Oh mein Gott. Ah. Hast du die Fusion gemacht? Gerade sagen wir noch, deine letzten sechs Legos waren krass. Und jetzt kriegen wir Opa den. Neu, was die Fusion nicht gemacht. Geht's halt, man. Fett. Nice. It's it. Yo. Holy shit. Ich mach die Fusion nie. Weiter geht's. Holy shit. Mordecai, auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du ihn noch brauchst. Komm schon. Gib uns noch. Was? Ach so, dass du, ich dachte jetzt gerade, was ist denn das? Du hast auch geil für Faktion Wars. OG Champion Mausoleum Mage. Komm schon. Komm schon. Oh, noch ein Skycrusher. Einen zweiten Counter. Get set. Get set. Oh, jetzt kriegen wir nichts mehr, oder was? Den Legbewahrer. Hm. Ah. Gellkrad. Zwei haben wir noch. Komm mal. Gib uns noch eine Lego. Please. Okay. Letzter. Chart. Oh, Jesus. Plarium. Eure Kräfte vereint. Wobei Masamutu recht cool ist.